Das Sommerhaus der Stars 2018 – Für welches Promitraumpaar schlägt euer Herz? Für welches Paar schlägt euer Herz? Es geht endlich wieder los! Das Sommerhaus der Stars lädt acht Promipaare zum TV-Urlaub der ganz besonderen Art ein. Dann heißt es Bür Bür Luxus und willkommen in der portugiesischen Promivegi. Wessen Liebe hält dieser Prüfung stand und darf sich am Ende mit dem schönen Titel des Promipaar 2018 schmücken? Das wird sich ab dem 9. Juli zeigen. Doch bevor die Turteltauben über den Bildschirm flimmern, seid ihr gefragt, wer ist euer Sommerhaustraumpaar? Jetzt ist eure Meinung gefragt. Was sagt ihr zu den Sommerhauspaaren? Wer ist euer persönliches Traumkupple? Stimmt jetzt ab! Wirklich super! Hier geht es colony. Vielen Dank.